Die Tatsache, dass wir in Dresden eine Universität haben, ist für sich genommen schon mal ganz großartig. Denn der Name sagt es ja schon, eine Uni bringt das Universum in die Stadt und weitet damit den Blick der Stadt auf das Ganze hin. Wenn die Uni Dresden auch noch eine exzellente Universität ist und weiter bleiben wird, was ich hoffe, dann zieht es besonders viele exzellente Menschen in diese Stadt. Und die Stadt kann denen wiederum etwas mitgeben, das sie in die Welt hinaustragen können. Dresden ist eine Stadt in einem wunderbaren Naturraum und es ist eine Stadt mit großartiger Kultur und mit wertvoller Geschichte, beispielsweise die Geschichte der Frauenkirche.